Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Weihnachtsmann. Also, wer seinen Lieben eine große Freude zu Weihnachten bereiten will, kann dies tun. Mit, was zu sagen ist, zeitkritische Betrachtungen oder im Karussell des Wahnsinns von Corona bis Erdogan, meine in diesem Jahr 2020 erschienenen Bücher. Brandaktuell, kritisch, ehrlich, direkt, zynisch bis sarkastisch. Für die Kenner der grossischen Rhetorik ein Leckerbissen. Erhältlich im gesamten deutschsprachigen Buchhandel. Pünktlich vor Weihnachten noch unter den Christbaum geliefert. Oder wer es signiert oder gewidmet haben möchte, bestellt direkt über den Verlag unter office-at-verlag.com. Ich erfülle bis zum 23. alle Signier- und Widmungswünsche. Also, viel Spaß beim Lesen und noch eine schöne Adventszeit. Alles Gute!